Ich möchte in einem Land leben, in dem alle Menschen in Würde und in sozialer Sicherheit alt werden können. Damit die Rente wieder den Lebensstandard sichert, müssen alle Rentenkürzungen zurückgenommen und die Renten deutlich erhöht werden. Niemand darf im Alter unter die Armutsgrenze fallen. Deshalb fordert Die Linke eine solidarische Mindestrente in Höhe von 1050 Euro. Außerdem muss die unsägliche Rente erst ab 67 zurückgenommen werden, denn sie wirkt wie eine weitere Rentenkürzung. Niemand darf im Alter nach Flaschen in Mülleimern sammeln müssen, um über die Runden zu kommen. Deshalb bitte ich Sie, wählen Sie am 24. September mit beiden Stimmen Die Linke. Untertitelung des ZDF, 2020